Die Internetplattform YouTube unterscheidet sich vom herkömmlichen Fernsehen vor allem darin, dass dort jeder seine eigenen Inhalte hochladen und der Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Daher haben sich dort neben einem Mainstream aus Videologs und Schminktutorials auch Kanäle etabliert, die sich mit Nischeninteressen beschäftigen. Alice studiert an der Universität Duisburg-Essen und betreibt nebenbei den Kanal AlepMagic. Alice, du machst es jetzt schon seit 4 Jahren und dein Kanal ist mit ungefähr 45.000 Abonnenten der größte deutschsprachige Kartenmagie-Kanal. Was fasziniert dich am Thema Kartenmagie? Dass man Magie selbst mit einem völlig allgemeinen Gegenstand wie einem Kartendeck einfach machen kann und dadurch bin ich auch in meiner Schiene geblieben, dass ich keine zusätzlichen Sachen zu einem Kartendeck verwende, weil es gibt Gimmicks, wie zum Beispiel so unsichtbare Fäden, mit denen man eine Karte schweben lassen kann als Beispiel. Die benutze ich persönlich nicht, weil meine Faszination geht davon aus, mit einem ganz normalen Kartendeck Tricks zu machen. Da ist einfach die Faszination sozusagen geblieben und deswegen mache ich das in dieser Sparte weiter. Du stellst dir auch Kartendecks vor. Woran unterscheiden die sich eigentlich? Kartendeck selbst unterscheidet die Herstellungsart. Es gibt da Unterschiede im Druck. Der Grundstock kann unterschiedlich sein, unterschiedliche Härte, andere Herstellungsmechanismen und zum Beispiel der Schnitt der Karten kann auch das Gefühl eines Decks beeinflussen. Und das sind eigentlich so die größten Unterschiede, die man bei einem Deck haben kann. Erfindest du auch eigene Tricks oder stellst du eher bekanntere Tricks vor? Die Tricks an sich, die ich in dem Sinne erfinde, sind meistens aus mehreren Tricktechnik zusammengeworfene Tricks, die dann zum Ende hin entstehen. Ich passe sehr viele Tricks sehr stark an mich selbst an, dass es einfach in meinen Performance-Stil reinpasst und ich die Tricktechniken anwenden kann, die ich persönlich am besten kann. Du steckst ja offensichtlich viel Zeit in deine Videos. Wie sieht dein Produktionsablauf aus und was ist eigentlich der aufwendigste Teil? Die Vorbereitung des jeweiligen Videos. Ich muss zuerst einmal irgendetwas finden, wo es sich lohnt, ein Video zuzumachen und das dann natürlich vernünftig üben. Dann lernt man einfach, wie man das zum Beispiel besser erklären kann und dadurch werden dann auch die Videos besser. Dann muss ich nur noch ein Skript schreiben und die Aufnahme selbst und die Nachbearbeitung geht dann relativ schnell, da ich da einen relativ guten Rhythmus gefunden habe. Auch außerhalb von YouTube gehst du natürlich deinem Hobby nach. Wie findest du dort ein Publikum, das sich für Kartentricks begeistern lässt? Früher habe ich das wirklich einfach so gemacht, dass ich auf die Leute zugegangen bin und da habe ich halt auch einige sehr gute Erfahrungen gesammelt, wie man erstmal das Selbstvertrauen aufbauen kann, um mal so offen auf Leute zugehen zu können. Mittlerweile mache ich eher Tricks in Bars oder eher geschlosseneren Gesellschaften, weil es da besser möglich ist, die Leute zu lesen und dann direkt rauszufinden, ob sie wirklich Kartentricks sehen wollen oder nicht, was ein sehr großes Problem bei Street Magic ist, weil man da eher die Gefahr läuft, an Leute zu treffen, die zum Beispiel keine Zeit haben oder gar keine Tricks sehen wollen. Alep Magic, danke für dieses Interview und mit deinem Kanal auch weiterhin viel Erfolg. Kein Problem, leben gern.